Sie haben es geschafft. Wir leben noch. Ja, aber der Nullpunkt ist ungeschüttet. Sie müssen da rein. Ach, kommen Sie. Wir wollen doch keinen weiteren Schnappschuss von mir in der Schleife. Nein, wir wollen nicht, dass jemand der Schleife entkommt. Gehen Sie da rein und biegen Sie das hin. Verstanden, Ma'am. Schon dabei. Und wir lieben dürfen davon nichts mitkriegen. Joe, sind Sie da? Das ist echt geil gemacht. Was ist das denn für... Das hat auch hier den ganzes gemacht. Hier ist der Kartoffel-Klon. Fortnite 7, Season 5, Battle Pass, Nullpunkt. Wenn ich es verhindern kann. Ich habe die fähigsten Jäger aller Realitäten zusammengesucht. Okay, gut, dann hau aus. Für Mando muss ich eine Menge Kredits hinblättern, aber naja, das ist der Weg. Der Plan? Pures Chaos. Und niemand wird besser dafür sorgen als Sie. Menace, der beste Gladiator überhaupt. Ja, aber erstmal anwesend bei... Pumpern läuft ja was das für die Welt haben Rechnungen begreifen uns gegen Geld ist es für die Spitze es gibt uns auf die nächste Phase vor und wir fangen gerade erst an Loll Prozent unschuldigungen jetzt wird der Götter um nicht erledigen was verdiene tausendführenden wie wachs Bettel Pass kaufen 11 Euro im Monat aber ich habe noch ich habe nur noch 13 Euro vor Gelände gut da kommen wir uns Schieden für die Kaufen wir haben uns jetzt Bettel Pass gekauft zack Prozent Mandel Lager der Wettel und so weiter Geld so also gut hier ist die Samen Mandel Dings der Typ dieser Ritter er sieht ja nicht hässlich aus ne Musik höre ich nicht Banner Symbol von Star Wars Reihe 100 neue Vibachs kostenlos hier die Reise kostenloses Prozent Banner Welt Schöne ist der Plaster Schütze dann habe ich ihn also alles animiert Degar Osters ist das ich ein bisschen zu fett für die Bildschirm dann hier eine Tarnung also von Taten dann schwöre ich euch kann ich nie genug kriegen dann ab Stufe 12 Nummer 100 Vibachs sind 200 Vibachs Rese so gut das habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt ja dann habe ich hier ein Vernichterin eine Vernichterin dann habe ich hier ein Dynamo Graffiti Dings der Gerät um ja Leute ich werde es gar nicht ausreden ansonsten welchen Niveau durch die Nase weil ich das richtig gut ausreden tue dann Koppel der ganze Schuhe aus egal gut so dann haben wir hier einen was ist das Spray ja gut davon habe ich schon viel zu viel Dinger mit Jara Prozent was mit Jari Kriegshammer okay gut das sehe ich die Schicht aus dann noch und oder wie was das ist das in der Träger die Wurzene Wurzelt Jäger steht stehen Malki Kostos Banner Symbol dann haben wir hier die in seine zweite Stufe ist so haben wir hier getan der die feierlich auf Lerner und 29 die gibt es so einen geilen Skin Dinger Bordes egal keine Zeugen Geld 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 auch nicht von Kuhn Josie 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 400 Vibachs insgesamt jetzt schon dort ab dort ab Stufe 27 hat man schon 400 Vibachs dann zusammen ähm Frühstückspflug okay gut auch der Skin ich kriege Hunger Prozent also ich muss sagen das Kind ist nicht hässlich und das muss ich sagen also der ist echt nicht hässlich der hat uns der hat was an sich was relativ gut aussieht er sieht nicht hässlich aus Leute also ich weiß ja nicht die Leute die sagen der ist hässlich verstehe ich euch nicht mehr also ich finde der ist schon gut ne also der ist gut dann aber hier ein Pfannkuchen Flieger ja okay gut dem Falle ich jetzt nicht so ein Banner Symbol ja was haben wir noch ein Schuss Sirup Prozent Prozent Länger soll so noch gehen Länger soll nicht gehen wie soll er gehört das war Geld nee Pfannkuchen 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 Klauter in so ein Geld sagt Leute Ahja läuft bei ihnen dann haben wir hier ein Pfannkuchen und die der das Prozent erinnert mich irgendwie an diesen an dieses Startbild von Resident Evil 2 Red Dead Redemption 2 halt so 500 V-Box ab Stufe 35 da war hier dann seine zweite Stufe der sieht eigentlich auch nicht schlecht aus ne die zweite Stufe haben wir hier ein Bestienhauer haben wir hier ein Spray ein Spray Graffiti auch die Tarnung Wildherz ja geht 600 V-Box ab Stufe 40 also insgesamt dann hat man dann schon ach nein ach also 600 V-Box hat man dann ab Stufe 40 insgesamt dann schon freigeschaltet Leute dann hat man dann hier ein Maiv Skin ist das ein Schild ja ja Wildherz Schild ok ein Banner Symbol feiere ich nicht also da da muss ich sagen der gefällt mir ist dann nur für dieses Kind so aber eine Hp Kralle Hi ich will es gar nicht sagen sonst kommen wir wirklich gleich die ganze Zeit raus ich bin halt ein bisschen verschnupft ähm Maiv äh reaktive Haare ah lol das sind Schlangen lol da hat man dann ab Stufe 47 dann 700 V-Box beste Leben also insgesamt dann ne so dann hier Maiv äh unaufhaltsam äh Skin dann also hier Stil äh also Heizensspiel Tessica los Weg des Wildherzens ne feiere ich nicht so feiere ich jetzt auch nicht so ne feiere ich überhaupt nicht da hat man dann schon 800 V-Box ab Stufe 52 Maiv Schildbrecherin äh da geht dann haben wir hier ein Seelensturz der den feier ich den feier ich Geist des Kriegers Racht Rast Racht sucht Kiel ein Banner Symbol feiere ich nicht 900 V-Box hat man dann ab Stufe 58 so ach Dinger der Skins sieht schon geil aus ne das sieht wirklich richtig geil aus ähm packt der Geister ist das ein Geister-Skin oder was mysteriöse Assasin ne das ist ein Assasin äh Eid und Leid ok rach rachsüchtiger Schatten ok 1000 V-Box ab Stufe 65 jaja jaja äh äh was das der das sah geil aus das sah richtig geil aus Popsternchen Remix ähm ja ok Chibi ja da Alper Hyperbord ja gut geht 1000 einer V-Box ab Stufe 70 und nein hilft mir ich wusste Prozent Zielflug aber alle Werte doch gefallen geil auf Stufe 3 siebzig zu selten Spitzers gehen Lexa ja ja äh ich glaube das würde der Moment geht sein m die Tatung Y-Labs geht vielleicht nicht 0 klauen Möcke um m m ja Rucksack es ist aus dieser Kopfhörer Anhänger äh Ohren Anhänger ja Toten tausend zu 200 wie wachs Abstufe 78 das ist das ja okay gut das sieht das sieht richtig geil aus ok in Barna all Schild der mächtigen tausend Euro wie wachs Möcke bei der Symbol Röder sein soll da ist eine Maske auf Sieges Kranz Alter den wenn ich die habt ihr ja ich werde sie ausrüsten die dass da auch das sieht geil aus Alter viel weg ist der Blutdorf Prozent Löwen gebrüllen äh daher dann seine leicht leichter hell und sein leichtes hin ach ach so oh D hier sieht das brutal aus Prozent 1000 300 wie wachs oder 400 jetzt schon nach ich habe mich aufgepasst dann hier sind unbesägt okay ist das das Vorbereitung eines Kriegers natürlich ich gebe auch ein bisschen Sand auf und dann sage ich auch Vorbereitung des Jeremy's bestellen dann wenn er ist schwerer Helm Degas so sieht ja geil aus ich habe 1400 wie wachs oder 500 jetzt schon und dann hier ja gut äh eieieieiei eieieiei nierenwürfel feier ich feier ich das feier ich Zornig, okay Feier ich Digger, sieht sehr krass aus Das sieht geil aus Reiche Level 96 Für sowas Schließe epische Aufträge ab 80 Dinger 80 Dinger, wie oft wieder Musik in der Suche Fragezeichen Okay Zack, gut Leute, da haben wir uns jetzt einen Balletpass angeguckt Klöte, die wir sagen, auch das war ein und um die Stadt beim Stream und das Thema